Was macht die Netgear ProSafe M4200 Intelligent Edge Reihe so einzigartig? Zum einen die technischen Eigenschaften von Multi-Gigabit-Switching mit 8x2,5 Gigabit-Ports und 2x10 Gigabit-Ports, ideal für Wave 2 11 AC Access Points und zum anderen das schlanke Design von nur 10 cm Bautiefe und die einfachen Montageoptionen ermöglichen eine optimale Platzierung des M4200 für Ihren Wireless Access Point und eine effiziente Verkabelung, egal ob für die Montage direkt an einer Wand oder Decke, an einer rechteckigen oder runden Stange oder in einem Standard 19 Zoll Rack. Sichere Platzierung über Hängedecken, in Luftkanälen und überall dort, wo sich andere Switches nicht montieren lassen. Vertikal oder horizontal, flach oder senkrecht und ein flüsterleiser Betrieb bei 28,9 Dezibel. Erfahren Sie mehr unter netgear.de slash managed